Kollege Florian Hahn von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man die Debatte heute verfolgt und die Beiträge von den Linken und den Grünen, dann könnte man meinen, dass die Bundeswehr schicke Kindersoldaten in den Kampf einsetze. Das ist natürlich größter Unsinn. Und es zeigt aber mal wieder, wie unsachlich die Debatten über die Bundeswehr und von linker und grüner Seite geführt werden. Ich würde Ihnen da mal eine grüne Grundausbildung bei der Bundeswehr anraten. Die würde Ihnen ganz gut tun. Und deshalb ist es umso unerträglicher, dass die Bundeswehr durch diese Anträge in die Nähe von Warlords und Diktatoren gestellt wird. Kindersoldaten werden weltweit zum Töten gezwungen. Denn die Bundeswehr jedoch verbietet explizit Situationen, in denen Rekruten unter 18 ihre Waffe gegen Menschen richten müssen. Jugendliche dürfen zwar erst, dürfen zwar ab 17 zur Bundeswehr, aber sie dürfen weder den Dienst an der Waffe leisten, noch an Bundeswehrauslandseinsätzen teilnehmen. Minderjährige in der Bundeswehr mit Kindersoldaten gleichzusetzen, ist deshalb unangemessen und unsachlich und unanständig. Und ich habe in der heutigen Debatte kein einziges sachliches Argument gehört, das gegen 17-Jährige in der Bundeswehr spricht. Da hilft auch der Hinweis auf die Hirnforschung nicht. Also wenn Sie das wirklich ernst meinen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, dann können Sie ja nicht wirklich für Wahlen ab 16 sein. Es sei denn, Sie machen sich dann Hoffnung, besonders viele Stimmen für sich zu bekommen. Herr Kollege Hahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Fraktion der Linken? Ja, das ist selbstverständlich. Bitte schön. Ah, da kommt der... Wenn ich davon ausgehe, dass Sie die normalen Umgangsformen beherrschen, gehe ich davon aus, dass die Kollegin zunächst die Frage stellen kann. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich höre die Debatte jetzt seit Beginn an und beschäftige mich seit vielen Jahren auch kommunal damit. Und ich möchte Sie fragen, weil Sie sagen, wir führen die Debatte verantwortungslos. Im Jugendoffizierbericht vor einigen Jahren gab es auch ein Passus, in dem explizit darüber berichtet wurde, dass den jungen Menschen, die in den Schulen aufgesucht werden und die rekrutiert werden, die zusammenhängenden Komplexe der Kriegshandlungen, der Weltgeschehen noch überhaupt nicht bewusst sind. Und der Oberleutnant Kling aus Darmstadt sagt zum Beispiel auch, vielen Freiwilligen ist in diesem jungen Alter nicht bewusst, worauf sie sich einlassen. Aus eigener Erfahrung kennen wir die Probleme sehr junger Soldaten. Oft fehlt für den Dienst die notwendige Reife. Ich möchte Sie dahingehend fragen, werden Sie künftig auch das Wahlalter für Jugendliche zulassen? Oder zum Beispiel den Führerschein, wenn Sie sagen, für den Wehrdienst sind die jungen Menschen reif genug, aber fürs Wählen oder Autofahren nicht. Also, Frau Kollegin, erstmal vielen Dank für diese Zwischenfrage. Denn das gibt mir die Gelegenheit, mal eins klarzustellen. Die Jugendoffiziere rekrutieren nicht in Schulen, sondern sie machen dort politische Bildung. Und die Defizite, die der Oberleutnant, hören Sie zu, und die Defizite, die der Oberleutnant beschreibt, ist ja genau der Grund, warum er dort ist, um eben dort die entsprechende politische Bildung zu leisten. Erstens. Zweitens kann ich Ihnen nur sagen, ich bin eben genau dafür, dass man sagt, es gibt sozusagen eine Bandbreite 17, 18, der eine ist reifer, der andere weniger reif. Und das entscheidet eben nicht der 17-Jährige selber, sondern er wird, wenn er zugelassen wird, zur Bundeswehr entsprechend untersucht. Es finden entsprechende Gespräche statt. Und es wird eine Eignung festgestellt oder eben nicht. Und genauso ist es bei dem Thema mit dem Wählen. Ich bin gegen das Wählen ab 16. Ich glaube, dass das zu früh ist. Aber ich bin zum Beispiel beim Thema Führerschein, das Sie angesprochen haben, dafür, für die Regelung, die wir haben. Nämlich, dass man mit 17 den Führerschein machen kann und noch mit dem Erwachsenen mitfahren kann. Die richtige Verantwortung übernimmt er dann mit 18. Insofern steht das in keinerlei Diskrepanz mit den Aussagen. Herr Kollege Hahn, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage? Ja, selbstverständlich. Gerne. Und ich bitte, bis zum Ende der Antwort des Redners dann auch stehen zu bleiben. Ja, Herr Kollege, Sie kennen ja, wie ich auch, die Grundrechtseinschränkungen, die für Soldatinnen und Soldaten gelten. Und jetzt ist ganz interessant, dass Sie im Moment hier immer wieder argumentieren, ja, die werden ja quasi nur rekrutiert. Und erst danach geht es quasi richtig los, wenn sie 18 sind. Dann ist meine zentrale Frage, warum gelten dann eigentlich diese Grundrechtseinschränkungen dann schon für diejenigen, die vor 18 bei der Bundeswehr sich rekrutieren lassen haben? Dann ist nämlich da die Logik nicht drin. Diese Grundrechtseinschränkungen zeigen nämlich, dass sie in den ganz normalen Ablauf der Bundeswehr mit eingebunden werden, außer nachher ganz konkret quasi der Ausbildung an der Waffe. Aber beantworten Sie mir die Frage, warum diese Grundrechtseinschränkungen auch schon bei unter 18-Jährigen? Wissen Sie, was ich beantworte oder nicht, das können Sie erstens mir selber überlassen. Und zweitens zeigt Ihre Argumentation einmal mehr, dass es Ihnen gar nicht um die Sache geht, sondern um etwas anderes. Sie wollen die Institution der Bundeswehr insgesamt erschüttern. Deswegen scheuen Sie sich auch nicht davor, diesen Kontext zwischen Kinder, Soldaten und Bundeswehr herzustellen. Und das haben Sie hier einmal mehr bewiesen. Und ich sage Ihnen, das ist genau das, was ich Ihnen vorhalte, diese Scheinheiligkeit. Und wissen Sie, Herr Pflüger, Sie sind ja stellvertretender Parteivorsitzender und verteidigungspolitischer Sprecher der Linken. Sie haben auch mit Frau Buchholz zusammen schon vor einigen Jahren, nämlich in einem Artikel bei der Jungen Welt, die Abschaffung der Bundeswehr an sich gefordert. Und daran zeigt sich, worum es Ihnen eigentlich geht. Sie wollen diese Institution erschüttern, weil Sie die Institution an sich abschaffen wollen. Und genauso ist das bei Ihrem Kollegen, dem Herrn Gerke, der das auch hier in dem Plenum gefordert hat, die Abschaffung der Bundeswehr. Und alles andere sehen Sie, auch bei den, wissen Sie, auch bei den... Es ist keine Antwort auf die Frage. Wie ich Ihre Frage beantworte, können Sie mir überlassen. Ich sage Ihnen, Ihre Argumentation ist scheinheilig, weil Sie ein anderes Ziel verfolgen, als tatsächlich zu diesem Sachverhalt mit mir zu diskutieren. Herr Kollege Heinz, Sie haben zutreffend festgestellt, Sie beantworten die Fragen immer so, wie Sie das wollen. Und auch wenn es dem Fragesteller nicht gefällt, das ist dann einfach so. So ist es. So, dieser Antrag ist also wieder ein Versuch, die Bundeswehr in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht zu rücken, immer mit dem Ziel vor Augen, diese eines Tages abzuschaffen. Und das werden wir nicht zulassen. Und wir stehen zur Bundeswehr und zu unseren Soldatinnen und Soldaten. Und wissen Sie, auch die außerparlamentarischen Kritiker, denen geht es eben auch genau nicht um die Sache, sondern die verfolgen dieselbe Agenda. Und lassen Sie sich mal zwei Beispiele auf der Zunge zergehen. Da wäre zum einen das Deutsche Bündnis Kindersoldaten, zu dem auch die Deutsche Friedensgesellschaft gehört, die natürlich gegen die Beschäftigung von 17-Jährigen bei der Bundeswehr sind, aber die eben auch in ihren Leitlinien ganz klar drinstehen haben, ein Ziel, die Abschaffung der Bundeswehr. Und da wäre zum Beispiel auch der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt, der sich auf Antrag der sozialistischen Jugend in einer Grundposition gegen die Rekrutierung von Minderjährigen ausgesprochen hat. Und Sie werden es, Sie werden es erraten, auch die sozialistische Jugend Deutschlands will die Abschaffung der Bundeswehr. Wir sehen also, es geht nicht um 17-Jährige bei der Bundeswehr. Es geht auch nicht um Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Kindersoldaten, sondern es geht um Ideologie. Und ich sage Ihnen heute und hier, wir werden die Bundeswehr nicht abschaffen. Wir brauchen die Bundeswehr. Und ich danke allen Deutschen und ich danke allen deutschen jungen Menschen, die sich für den Dienst bei der Bundeswehr entscheiden. Wir brauchen diese jungen Menschen und wir haben großen Respekt vor ihrer Entscheidung, in die Bundeswehr einzutreten. Und das sollten wir an diesem Tage auch mal sagen. Herr Kollege Hahn, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Damit schließe ich.